Hilmar Otto Tate ist ein deutscher Schauspieler, Leben, der Sohn eines Lokomotivschlossers und einer Hausfrau wuchs in Halle auf, wo er bis zur 10. Klasse die Frank-Eschen-Stiftungen besuchte. Bereits als Schüler einer Leihenschauspielgruppe angehörnd, folgte für Hilmar Tate eine Schauspielausbildung an der Staatlichen Hochschule für Theater und Musik in seiner Heimatstadt, die er 1949 mit dem Staatsexamen abschloss. Er begann seine Theaterlaufbahn im selben Jahr am Staatstheater Cottbus. 1951 gelangte er an das Theater der Freundschaft, das heutige Theater an der Parkhau, anschließend an das Maxim-Gorki-Theater in Berlin und 1959 an das Berliner Ensemble. Dort blieb er bis zum Tode der Intendantin Helene Weigel 1971 und wechselte danach an das Deutsche Theater, dem er bis 1980 angehörte. Tate wurde in der DDR zweimal zum Theaterschauspieler des Jahres gewählt, 1967 für seine Darstellung des Galigeenmann Estmann von Berthold Brecht und danach bereits am Deutschen Theater, für seine Verkörperung von Shakespeare's Richard III. Nach der Ausweisung von Wolf Biermann wurde Tate, der zu den Unterzeichnern der Protestpetition gehörte, ab 1976 in seiner Tätigkeit als Schauspieler in der DDR erheblich behindert, sodass er beschloss das Land zu verlassen. Ab 1980 lebte er mit Angelique Domröse in West-Berlin, und beide waren unter der Intendanz von Boy Gobert an den staatlichen Schauspielbühnen Berlin engagiert. Hilmar Tate arbeitet heute als freier Schauspieler vorwiegend am Theater. Seine bekanntesten Rollen hatte er in Peter Zadegs Inszenierung von Jeder stirbt für sich allein am Schiller Theater und inszeniert von George Taburi in Gaston Salvatores Stück Stalin in Wien, wo er 1987 gemeinsam mit Angelique Domröse engagiert war. Beide standen auch zusammen in einer Inszenierung von Edward Albys, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, auf der Bühne. Er war Mitglied der Akademie der Künste der DDR und ist seit 1993 Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Hilmar Tate ist seit 1976 in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Angelique Domröse verheiratet. Aus erster Ehe ist er Vater eines Sohnes, der Bildhauer ist, Filmografie, 1955. 1955. Einmal ist keinmal, 1955. Robert Mayer, der Arzt aus Heilbronn, 1958. Das Lied der Matrosen, Regie, Kurt Metzig, 1960. Leute mit Flügeln, Regie, Konrad Wolf, 1961. Der Fall Gleibitz, Regie, Gerhard Klein, 1961. Professor Mamlock, Regie, Konrad Wolf, 1961. Mutter Courage und ihre Kinder, 1964. Der geteilte Himmel, Regie, Konrad Wolf, 1971. Optimistische Tragödie, Regie, Manfred Wegwerth, 1974. Wahlverwandtschaften, Regie, Siegfried Kühn, 1976. Daniel Druskat, Regie, Lothar Bellack, 1980. Don Juan Karl Liebknecht, Straße, 78. Regie, Siegfried Kühn, 1981. Engel aus Eisen, Regie, Thomas Brasch, 1982. Die Sehnsucht der Veronika Fons, Regie, Rainer Werner Fassbinder, 1998. Der König von St. Pauli, Regie, Dieter Wedel, 1999. Wege in die Nacht, Regie, Andreas Kleinert, 2001. Operation Rubicon, Regie, Thomas Berger, 2001. Tatort, Ein mörderisches Märchen, Regie, Manuel Siebenmann, 2004. Der neunte Tag, Regie, Volker Schlündorf, 2004. Hitler-Kantate, Regie, Jutta Brückner, Hörspiele, 1953. Friedrich Wolf, Krassen rettet Italia, Regie. Joachim Witte, 1955. Lieselotte Gilleske-Hartdüngel, der Doktor der Armen, Regie. Willy Porat, 1958. Peter Ecker, Autos machen Leute, Regie. Werner Wieland, 1958. Anna und Friedrich Schlotterbeck, SMS. Prinz Regent Luitpold, Regie. Theodor Popp, 1958. Kurt Sandner, Nacht ohne Gnade, Regie. Werner Grunow, 1959. Rolf H. Zeicker, der Wolf von Benedetto, Regie. Wolfgang Brunnecker, 1960. Anna und Friedrich Schlotterbeck, an der Fernverkehrsstraße, 106. Regie. Theodor Popp, 1963. Berthold Brecht, das kleine Mahagoni, Regie. Manfred Kage, 1969. Claude Prinn, Potemkin, 68. Regie. Edgar Kaufmann, 1970. Mika Ischatroff, der 6. Juli, Regie. Helmut Helsthoff, 1971. Günther Kunert, mit der Zeit ein Feuer, Regie. Wolfgang Schonendorf, 1971. Bertolt Brecht, die Tage der Commune, Regie. Manfred Wegwert, Joachim Tenchert, 1976. Lea Birskawitz, das Haus am Park, Regie. Barbara Plensat, 1991. Gerhard Zwerenz, des Meisters Schüler, Regie. Hans-Gerd Krogmann, 1991. Karl-Günther Hufnagel-Homersch an unsere alte Lady, Regie. Ulrich Heising, 2003. Dylan Thomas, unter dem Milchwald, Regie. Götz Fritsch, Auszeichnungen. 1963. Kunstpreis der DDR, 1964. Nationalpreis der DDR, 1976. Nationalpreis der DDR, 1999. Darstellerpreis des Internationalen Filmfestivals Carlo Vivieri für Wege in die Nacht, 2001. Adolf Grimme-Preis für Wege in die Nacht, 2003. Bayerischer Fernsehpreis für Operation Rubicon. Film, Hilm-Attate, Schauspiel-Ikone und Dorf-Romantiker. Dokumentarfilm, Deutschland, 2008, 30 MIN, Buch und Regie. Leonore Brandt, Produktion, MDR-Reihe. Lebensläufe, Erstsendung, 5. Oktober 2008 beim MDR-Inhaltsangabe von Prisma.